Karin Duwe, Macht 1. Ich habe gerade das Telefon installiert, das ich auf dem Dachboden gefunden habe, ein einfacher, hellgrauer Fernsprechapparat mit Wählscheibe und ohne technische Physimatenten, kein Standby-Modus, kein Bildschirm, kein integriertes Kopiergerät, dessen Druckerpatrone nur unter Zuhilfenahme einer bebilderten Bedienungsanleitung gewechselt werden kann und vor allem kein Anrufbeantworter. Nichts als ein altmodisch großer Hörer auf einem robusten Gehäuse, das von jedem Laien mit einem einfachen Schraubenzieher geöffnet und repariert werden kann. Aber als es jetzt klingelt, ist es nicht dieser Inbegriff der Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit, der meine Eltern in den 60er Jahren mit der Welt verbunden hat, sondern es ist natürlich das schicke, flache, leicht konkave Ego-Smart in meiner Hosentasche, dieser Fluch der Menschheit, der uns zwingt, überall und jederzeit verfügbar zu sein, wenn wir noch irgendwo mitmischen wollen. Und dass es dabei den gleichen altmodischen Klingelton von sich gibt wie das Telefon meiner Eltern, ist der reine Hohn. Ich fürchte, dass es jemand vom Heimatbund sein könnte. Kaum jemand sagt heute noch am Telefon seinen Namen. Je langweiliger ein Mensch, desto mehr ist er auch davon überzeugt, dass seine öde Hackfresse überall einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen hat. Ich schämme das Bild auf den 80-Zoll-Kompulikator über dem Sideboard, hoffe, dass sich wenigstens dort der Name des Anrufers einblendet, aber Fehlanzeige. Ich bin's, Norbert. Sag bloß, du erkennst mich nicht. Norbert Lanschek, weißt du nicht mehr, wer ich bin? Ja, schon. Du hast doch … Ich lasse große Pausen zwischen den Wörtern, in der Hoffnung, dass Norbert Lanschek sie füllt. Gymnasium Olstedt, Abituriergang 1981. Na, fällt der Groschen? Er fällt. Norbert Nobby Lanschek. Damals ein spindeldürres Elend, dem die Mädchen Biafra hinterhergerufen haben. Überdurchschnittliche Leistungen in Physik, unterdurchschnittliche bis gar keine in Sport. Außerdem etwas kindisch, nie eine Freundin. Heute Marathonläufer, Rechtsanwalt, BMW-Fahrer, Ehemann, Vater, immer noch langweilig, immer noch dünn, Halbglatze. Alle fünf Jahre organisiert er ein Jahrgangstreffen im Gasthof Ehrlich, um die Zeugen seiner erbärmlichen Jugend zu Zeugen seiner wunderbaren Verwandlung werden zu lassen. Was natürlich nicht funktioniert. Seinen ehemaligen Schulkameraden kann man genauso wenig etwas vormachen wie seinen Geschwistern. Auch wenn Biafra Lanschek jedes Mal seine durchaus ansehnliche Ehefrau mitbringt, vergisst deswegen niemand, wie er damals beim Geritteturn diese unglaublich langen und dünnen Beine, die aus seinen Turnhosen wuchsen, um den Stufenbarren wickelte und Ewigkeiten zwischen dem oberen und unteren Holm hängen blieb, kopfüber, wie ein bizarres Insekt, sich mit den Spargelarmen immer wieder hochzustimmen versuchte, dabei aber nur Zentimeter für Zentimeter dem Boden entgegenrutschte. Und ich dachte schon, du hättest die Sache aufgesteckt, sage ich zu ihm. Das letzte Treffen ist nämlich ausgefallen. Da hat es wohl einen Karriereknick gegeben. Aber nun wieder. Was wird er uns diesmal vor die Füße legen, wie ein gut abgerichteter Labrador? Eine neue Frau? Ein neues Auto? Das letzte Mal konnte ich nicht, sagt Lanschek mit bebender Stimme. Mein Teilhaber ist gestorben. Das hat mich unheimlich schwer getroffen. Die haben die Kanzlei über 30 Jahre zusammengeführt, verstehst du? Mit dem habe ich mehr Zeit verbracht als mit meiner Frau. Jetzt muss ich das alles allein machen. Das auf die vierfache Größe aufgeblasene Geiergesicht auf dem Kommunikatorbildschirm versucht, ein selbstzufriedenes Grinsen zu unterdrücken. Eine Haut wie angetrockneter Grießbrei. Alt sieht er aus. Alt, alt, alt. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Aber diesmal mache ich es wieder. Wenn ich es nicht mache, macht es doch niemand. Ist dir das überhaupt klar, dass das diesmal unser 50-jähriges Klassentreffen ist? Also, Kneifen kommt nicht in Frage. Soll ich für dich ein Zimmer buchen? Nein, ich brauche kein Zimmer, sag ich. Ich wohne wieder in Wellingstedt. In Wellingstedt? Wo denn? Du wohnst doch nicht wieder bei deinen Eltern. Lanschek lacht meckernd. Seit wann? Schon seit vier Jahren, sag ich. Und meine Eltern sind tot. Ich wohne bloß in dem Haus. Als die Dinge um mich herum sich aufzulösen begannen. Meine Frau mich verließ und mir die Kinder wegnahm. Als klar wurde, dass die Klimaerwärmung sämtliche Tipping-Points bereits überschritten hatte. Und auch der verordnete Staatsfeminismus nichts mehr daran würde ändern können. Als meine Lieblingskneipe abrannte und meine Augen so schlecht wurden, dass ich die Zeitung nur noch lesen konnte, wenn ich sie am ausgestreckten Arm von mir hielt. Was dann aber sowieso egal wurde, weil auch die letzte seriöse Printzeitung ihren Druck einstellte. Als kurz nacheinander erst meine Mutter und dann mein Vater aus purem Eigensinn starben und meine Geschwister auf mich einredeten, dass wir das Haus, in dem wir aufgewachsen waren, einem unglaublichen Schmierlappen von Makler übergeben sollten, verkaufte ich alles, was ich irgendwie zu Geld machen ließ, nahm einen Kredit auf, zahlte meinen Bruder aus, ließ meine Augen lesern und die Haare wieder wachsen, packte meine Zahnbürste und ein paar Unterhosen in eine Adidas-Tasche und zog dahin zurück, wo ich die glücklichste Zeit meines Lebens verbracht hatte. Ist ja eigentlich auch gar keine schlechte Lage, räumt Lanschik gönnerhaft ein. Habe selbst schon einmal daran gedacht. Wellingstedt gilt inzwischen als erstklassige Wohngegend für gut verdienende junge Familien und Angeber wie Lanschik. Eine geringe Kriminalitätsrate, nur zwei, noch dazu bestens integrierte Asylantenheime, grüne Wälder und ein brauner Fluss, der sich durch die Entmoränenlandschaft windet und nur 20 Kilometer bis zur Hamburger Innenstadt. Ende der 50er Jahre bauten Handwerker und kleine Angestellte hier ihre Häuser auf Grundstücke, die ihnen ein wenig vorausschauender Bauer zu einer unfassbar niedrigen Leibrente überlassen hatte. Unter ihnen meine Eltern, die nach Feierabend Beton mischten und die Ziegelsteine in einer Schubgare heranschafften. Nachdem die Zufahrtsstraßen asphaltiert worden waren, kamen auch wohlhabendere Leute und bauten ihre großzügigen Flachdach-Bungalows direkt neben die kleinen Backstein- und Walmdachhäuser mit den bunten Glasbausteinen. Und wir, die Kinder von Elektrikergesellen und Waschmittelvertretern, gingen mit den Kindern der Bank und Versicherungsdirektoren wie selbstverständlich gemeinsam aufs Gymnasium, paddelten im Sommer mit ihnen auf der Alster und lieferten uns Schlachten, in denen vielfach gepflegte Schlauchboote auf Kanus aus kanadischem Zedernholz trafen. Unter der Regierung einer sozialliberalen Koalition machten wir später wie selbstverständlich gemeinsam das Abitur, ein kurzes Zeitfenster sozialer Gerechtigkeit hatte sich aufgetan, eine Anomalie der Geschichte, die es so noch nie gegeben hatte und wohl auch nie wieder geben wird. Damals lebten hier Erdkröten, Eisvögel und Fischotter und selbst heute kann man mit etwas Glück noch einem Spatzen oder einem Kaninchen begegnen. Natürlich hat sich Wellingstedt ganz schön verändert. Die in den 60er Jahren in die Gärten gepflanzten Koniferen sind so groß geworden, dass die Grundstücke inzwischen aussehen wie die Toteninseln von Böcklin. Außerdem verwandelt sich der Ort langsam, aber unvermeidlich in ein Habitat der Reichen. Vor den letzten kleinen Häusern, in denen noch indigene Bevölkerung vor sich hin wurstelt, schnüren Makler auf und ab. Und wenn eines dieser alten Häuser frei wird, reißt man es weg und setzt stattdessen einen Klotz von Toskana-Villa auf das dafür viel zu kleine Grundstück, weil so eine Toskana-Villa aus irgendeinem Grund zweistöckig gebaut werden darf, ohne damit die Bauvorschriften, die eigentlich nur einstöckige Bebauung erlauben, zu verletzen. Das Gebäude selber hat gar keinen Wert, sagte der Makler, den mein Bruder damals beauftragt hatte, den Preis unseres Elternhauses für ihn vorteilhaft zu bestimmen. Im Gegenteil, Sie müssen vom Grundstückswert minus Abrisskosten ausgehen, aber das sind immer noch schöne 500.000 Euro Cash, Euro Nord natürlich. Die Grundstückspreise sind explodiert, weswegen auch das Wollgeschäft und die Scheune, die an meinem Schulweg lagen, längst verschwunden sind. Der etwas schmuddelige Reiterhof ist jetzt ein Sporthotel und die Erdbeerfelder, auf denen ich vor Jahrzehnten kleine, sandige und sonnenwarme Früchte in einen Spankopf pflückte, wurden in einen 27-Loch-Golfplatz verwandelt. Im Nachbarort hat sich ein Keuzüchter niedergelassen, außerdem gibt es dort jetzt ein Sternerestaurant und zwei Läden für Wohndesign. Meine Vergangenheit löst sich auf wie ein Zuckerstück im Regen. Ist deine Frau mitgezogen? fragt Landschicks Riesengesicht. Ich meine, die muss doch in Berlin anwesend sein, da kann die doch nicht ständig hin- und herpendeln, wie macht ihr das denn? Nein. Ich antworte nicht. Lass ihn einfach schmoren, warte darauf, dass es ihm von selber einfällt. Gott, sagt Landschick, Gott, wie dumm von mir. Entschuldige bitte, das hatte ich einfach vergessen. Was bin ich doch für ein Trampeltier? Gibt es denn inzwischen irgendetwas Neues, eine Spur, meine ich? Tut mir leid, tut mir echt wahnsinnig leid. Ist schon okay, sag ich. Ist ja über zwei Jahre her. Außerdem waren wir da schon getrennt, die Scheidung war da schon lange durch. Landschick murmelt noch mehrmals, was für ein Trottel er sei und hört gar nicht auf, sich zu entschuldigen. Schon gut, versuche ich, die Sache zu verkürzen. Erzähl mir lieber, wer alles beim Klassentreffen dabei sein wird. Haben schon viele zugesagt? Sind Bernie und Rolf dabei? Ja, beide, die kommen doch immer. Und von den Frauen? Kommen Kiki Vollert und Elisabeth Westphal? Frage ich möglichst nebenbei. Elisabeth Westphal ist die Frau, die ich niemals gehabt habe. Elisabeth Westphal ist der Grund, weswegen ich zu den Klassentreffen gehe. Ich habe meine halbe Jugend damit verbracht, mich nach ihr zu sehnen. Selbst heute fehlt sie mir immer noch. Auch wenn mir ihr Fehlen inzwischen so zur Gewohnheit geworden ist, dass ich es meistens gar nicht bemerke. Bis es mir bei einem melancholischen Lied oder dem Anblick einer Frau, die so ähnlich lacht oder sich so ähnlich bewegt wie Elli früher, plötzlich wieder einfällt. So weit bin ich noch nicht. Ich bin erst bei El. Birgit Lammert will aber kommen, antwortet Landschick. Schön, sage ich. Prima. Ich gebe ihm meine Festnetznummer. Ruf mich in Zukunft nur noch mit dieser Nummer an. Ich werde das Handy, ich sage absichtlich Handy, obwohl das ja heute nicht mal mehr die echten Greise sagen, Ich werde mein Handy in ein paar Wochen abmelden. Ist nicht dein Ernst, sagt Landschick. Wie soll man dich denn dann erreichen? Ich habe schon deine E-Mail-Adresse nicht gefunden. Zum Glück hatte Holger Hasselblatt deine Mobilnummer. E-Mail-Adresse habe ich auch schon löschen lassen, sage ich. In drei, vier Monaten schmeiße ich den Computer raus und dann benutze ich keine Technik mehr, die nach 1980 erfunden worden ist. Wenn du mich erreichen willst, gibt es das Festnetz oder du kannst mir einen Brief schreiben. Oder du kommst vorbei. Alter Adresse, Redderstieg 12, wie gehabt. Das ist verrückt, sagt Landschick. Das kannst du nicht machen. Er klingt empört, aber gleichzeitig klingt er auch beeindruckt. Aber sicher doch, sage ich. Und komm nicht auf die Idee, mir Briefe mit irgend so einer Billigfirma zu schicken, die ihren Angestellten vier Vestus die Stunde zahlt. Wenn du mir was schickst, dann mit der Post. Oder ich nehme es nicht entgegen. Landschick will mir nicht glauben. Er denkt, ich will ihn veralbern. Und als er merkt, dass es mir ernst ist, meint er, es wäre wahrscheinlich nur so eine Phase von mir, weil mir gerade alles zu viel sei. Geht uns ja eigentlich allen so, sagt er. Aber es ist keine Phase. Es ist Notwehr. Und wenn ich mich nicht sehr irre, ist Notwehr eine in sämtlichen Gesellschaftsformen der Welt allgemein anerkannte Ausnahmesituation, die ansonsten nicht gebilligte Handlungen rechtfertigt. Wenn es um die oder wir geht, ist alles erlaubt. Manchmal muss man seinen Mitmenschen ein paar Umständlichkeiten zumuten, um nicht zum Ausführen den Sklaven einer tyrannischen Maschinendiktatur zu werden. Und manchmal muss man eine Frau zerstören, wenn man nicht von ihr zerstört werden will. Und nein, keiner der Nachbarn hat etwas gemerkt. Ich bringe die Kinder zu ihrer Großmutter zurück. Zeit wird's. Übers Wochenende haben sich die Abdrücke ihrer klebrigen kleinen Finger im ganzen Haus verteilt. Das 50er-Jahre-Schleiflack-Sideboard, in dessen Schubladen ich unvorsichtigerweise die Hologrammspiele aufbewahrt habe, ist so stumpf und fettig, dass es aus der Entfernung geradezu pelzig wirkt. Durchs Torfbeet pflügt sich ein Planwagentreck aus seltsamen Gummifiguren. Auf den Kutschböcken sitzen grüne, gelbe und rote Klumpen mit Knollennasen, Cowboy-Hüten und Pistolenhalfter um die nicht vorhandenen Hüften, die nach Aussage der Kinder irgendwelche Vitamine oder sonstigen Nährstoffe darstellen sollen. Sheriff Fetty, Vitamity Jane, Mineral Kit und so weiter. Wir haben die Fahrräder genommen, weil das Wetter so schön ist. Was heißt schön? Das immerwährende Höllenfeuer. Kein Tag unter 35 Grad. Gestern waren es 37 Grad, letzte Woche sogar einmal 41 Grad und es soll noch heißer werden. Seit acht Wochen ist der Himmel blau wie auf einer Postkarte ohne einen Tropfen Regen. Die Blätter an den Bäumen haben sich eingerollt, die Ginsterbüsche biegen sich unter einer Last aus Staub und das Gras auf den Wiesen sieht aus wie im Spätsommer. Braun und vertrocknet raschelt es vor sich hin. Dabei haben wir erst April. Wie soll das im Sommer werden? Nur der Killer-Raps gedeiht auch ohne Wasser prächtig und verbreitet seinen schweren, süßen Geruch. Er blüht in allen Gärten und selbst auf den Fußwegen, blüht auf den Wiesen, in den Wäldern, in der Sonne, im Schatten, hinter den Mülltonnen, einfach überall, außer auf dem Golfplatz, wo sie extra zwei Hilfsgärtner nur für das Rausreisen der Rapspflanzen eingestellt haben. Die ganze Gegend leuchtet gelb. Vergisst man mal für einen Augenblick, was für eine widerliche, genmanipulierte Pest das eigentlich ist, viermal im Jahr blühend und schneller nachwachsend, als man sie herausreißen kann, resistent gegen jedes bekannte Unkrautvernichtungsmittel und mit jedem Boden und fast jedem Klima zurechtkommend, ist es geradezu ergreifend schön, sofern man nicht allzu viel Wert auf Artenvielfalt legt. Mein Sohn Racke fährt in wilden Schlangenlinien auf seinem Bingo-Rad vor mir her. Er trägt ein rot kariertes Hemd und eine speckige kurze Lederhose mit einem weißen Herzen aus Hirschhorn auf dem Verbindungsstück der Hosenträger, so eine wie auch ich sie in seinem Alter getragen habe, und seine gebräunten und etwas pummeligen Beinchen strampeln... Er trägt ein rot kariertes Hemd. Er trägt ein rot kariertes Hemd. Er trägt ein rot kariertes Hemd. Er trägt ein rot kariertes Hemd ,